ähm jetzt ein reales statement umschweig schon. okay dann also ich cheate, ich hatte noch Warlock und Neymar. ist das eigentlich erlaubt? ja man darf es, es ist nicht verboten. yo wunderschönen guten Tag, wir sind hier mal wieder auf skinwin.club zurück die haben jetzt ihre domain geändert aus skinwin.com und das design hat mit geändert und ja hier gibt es auf jeden fall den ein oder anderen geschmeidigen checkpot normalerweise sind die checkpots hier so um die zehn, zwanzig, dreißig, vierzig dollar also was ganz gediegenes falls ihr ein bisschen lower gambeln wollt ich bin hier heute aber mit dem george und da wird es natürlich ordentlich abgehen die luci. ja das geht digga. erstmal ein bisschen langsam machen alter. ja die seite ist ja bekannt dafür jetzt hier nicht mit 100 dollar reinzukommen. das ist halt eben so die geschmeidige seite für ein bisschen real talk nebenbei und eigentlich willst du doch ein mnig komplett fronten hast du gemeint. echt? hä? ja mnig ist scheiße. so. rocktamt mnig ist raus, der hat hier irgendwo im letzten act beim george. komm, gehen wir erstmal geschmeidig mit 20 dollar rein. obwohl jetzt haben wir hier schon ein bisschen viel ausgewählt. ja aber hier geht nämlich auch der pot extrem schnell runter. ja das geht hier immer. ja deswegen. ist die kohle hier auch schnell weg oder man hat auch schnell kohle gewonnen. je nachdem. ja. dieser playboy typ der will es jetzt aber auch wissen. ja der kommt auch mit 6 dollar rein. ist mnig eigentlich reingegangen übers handy oder wie macht der das? ja der geht übers handy immer rein. lol. na gut. da können wir natürlich ein oder andere mal gespannt sein auf die überraschungskasse mnig. oh der kommt da rein mit 9 dollar. ah zu spät. oh ja schon wieder. geil. kann doch nicht sein. ich habe nämlich vorher schon gewonnen. eventuell ist auch die aufnahme drauf. wir haben nämlich hier gegambelt darum wer als erstes aufnehmen kann. weil george jetzt nachher auch gleich noch aufnimmt. und ja habe ich auf jeden fall gewonnen. so sieht es aus. ja gut. jetzt hauen wir hier mal ein bisschen mehr in die tasche. jetzt hauen wir hier mal einfach 50 dollar in den pot. eine bette machen. weil der mnig ist natürlich jetzt auch dabei. ja. ich sehe es kommen. ich komme mit 35 rein. ich sehe es kommen. der ficker gewinnt. meinst du der mnig gewinnt? glaube ich auch. ja. der ist gerade auf toilette gelaufen. ja das wird er gewinnen. dann hörst du ihn da hinten raus beim scheißen. ja. 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 wenn der schippen geht alter. das ganze seranfels vibriert. das ist so krass. echt? wenn der jungen kacken geht alter. das ganze wude haben vibriert. ich schwöre es dir. du bist so praktisch live dabei. 100 dollar pot. komm. jetzt muss ich schon mal gewinnen. oh ja. schon wieder am start. ist skin win crony alter. ist das hier rigged? ja. kriegt man hier mit 60.000. das ist irgendwie so ein schlechtes angebot von skin win digga. da. kriegt man hier mit 60.000 etwa mehr prozent als youtuber mit 300.000. wer weiß. ich glaube 60.000 sind es alle. ja. was habt ihr denn so erlebt wo jetzt emnig bei dir war? weil emnig ist ja beim georgio. die ein oder anderen werden es gemerkt haben. weil emnig und georgio ja relativ selten im videosacker mit dabei sind. liegt daran dass die zusammen wohnen jetzt mittlerweile schon. kann man schon fast sagen. ja. vom besuch kann man hier schon nicht mehr sprechen. auf jeden fall. ne. also was ging die letzten tage ab. wir waren in holland shoppen. ja. haben uns gut gehen lassen dort. haben coole sachen geholt. so. und äh. ja. sonst sehr viel vorproduzieren. ja. weil ich ja im urlaub bin jetzt bald. und ich will das trotzdem täglich im video kommt. und äh. ja. da ist der. das kann doch nicht sein. lol. hier wird abgeräumt. hoffentlich räume ich in euren videos nachher auch noch ab. oh lecker. ja. einen pot mache ich schon mit digga. sonst bin ich selber broke gleich für mein video. alter. so. ja. das geht es mir wie seit dem video. so. sonst ist echt lech. ich mache jetzt hier noch einmal komme ich rein. so. sonst ist es echt vorbei. ja. außerdem gewinnt es noch. ja gut. aber jetzt tun wir jetzt erstmal hier die story weiter. wohin gehst du denn in urlaub? ich flieg auf äh. mallorca. ja. in den norden. so. eigentlich wollte ich das gar nicht sagen. hier wird man dann doch so. 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 so gefragt. alter. ja. ja. aber auf jeden fall bin ich da. nicht ballermann oder so. sondern wirklich ziemlich ruhig. und. ja. mehr will ich gar nicht darüber offenlegen. na gut. das wusste ich jetzt ja natürlich nicht. dass du das gemacht hast. ja. das hab ich dir ja. jetzt einmal. ganz sicher in der tasche hab ich das. oder? jawollo. easy peasy lemon squeezy. digga. ohne spaß irgendwas. digga. immer hier bei skin win. du gewinnst. immer. ja. ist es grody seite. jungs. wir wissen es nicht. nein. ist es nicht. ich weiß es aber. ist es nicht. doch. 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 ja. fahrt immer lieber auf dem joker in dorden da. ich glaube titel ist erstmals hotel. boah. geklärt hab ich da. ist der endlich doch. jau. jau. jauer. jau. 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 ja. jau. ja cool. ist der emlic. au Samsung down für. vier ne. für ein kleines battle. oder ist er auch schon. der rupa rein ins kloder. ja. Weißt ich schre現在 rum meine freundin nimmt mich auseinander alter. Ja guck, wieviel haben wir denn jetzt insgesamt? Wenn du gleich sagst, du hast kein Geld für mein Video, ich schlag dich. Wir sind echt fast broke, wie Georda sein Video. Oh je, wir haben hier ungefähr mit 280 angefangen. Eigentlich wollte ich hier noch ein bisschen drauf lassen für Georda sein Video. Sind jetzt aber schon bei 400, 450. Was ist los? Und dahinten geht es noch weiter, da kann ich gar nicht so viel auswählen. Also ich würde mal schätzen, ich habe so 480, 500 Dollar ungefähr drauf. Leckere Nummer, absolut geil. Und ja, schaut beim Zorro vorbei, dann nehmen wir jetzt gleich die zweite Folge auf. Und dann hoffe ich natürlich, werde ich auch weiterhin gewinnen. Kappa. In diesem Sinne, ich sag die Spoiler-Wan, los geht alle. Ich hoffe. Ja, machts gut auf jeden Fall Freunde und ich hoffe wir sehen uns auf Mallorca. Hau rein.